Hi ihr Lieben! Hi! Also heute möchten wir euch gerne zeigen, was in den letzten Monaten bei uns im Haus noch passiert ist. Jetzt gehen wir mal ins Haus. Ja, wir sind jetzt soweit startig mit unserem Haus, haben uns auch schon richtig gut eingelebt hier, fühlen uns richtig wohl. Und jetzt zeigen wir euch mal unseren fertigen Innenausbau. So, hier sind wir in unserem Flur im Erdgeschoss, wo unsere Garderobe ist. Hier rechts im Raum seht ihr unser WC mit Gästedusche. Und da aus kommen wir zu unserem offenen Wohn-Essbereich. Hier seht ihr eins unserer Highlights und zwar unsere riesengroße Küche, über die wir auch wirklich richtig glücklich sind und froh, da wir beide sehr gerne kochen. Ja, die ist einfach perfekt für uns. Ja, jetzt sind wir unten fertig, dann gehen wir mal nach oben. So, jetzt sind wir in unserem oberen Stock und kommen ins erste Zimmer. Bis jetzt ist es noch eine Rümpelkammer, aber in der Zukunft wird es dann unser Kinderzimmer. Und daraus kommen wir zu einem Hobby von uns beiden. Da wir gerne Sport machen, haben wir uns ein kleines Fitnesszimmer eingerichtet. Jetzt kommen wir in unser großes, geräumtes Schlafzimmer, dank der Gastarbeiterin und in unser kleines, aber feines Ankleidezimmer. Und jetzt kommen wir zu dem letzten Zimmer, unser großes Bad mit Badewanne, große Dusche, großes Waschbecken und Toilette. Fazit ist hierher, ist, wir würden nochmal mit Living House bauen, weil die Abwicklung mit Living House schnell und unkompliziert gewesen ist. Und bei Fragen war immer jemand für uns da. Ja, wir sind mit unserem House endlich komplett fertig. Komplett für mich? Ja, nicht komplett. Das war unser Zuhause. Ich hoffe, euch hat das gefallen. Bis bald. Bis bald. Ciao. 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 Ciao.